Hallo und herzlich willkommen bei Let's Play Planet Z2! Nein, ich bin doch keine Galaxie. Uh, da bin ich ja am falschen Schalter, sozusagen. Nehmt mich mal, wenn ich ne kleine Schmucke fliehe und los geht's. Ja, hab mich einem kleinen Platoon angeschlossen. Hab mich einem kleinen Platoon angeschlossen. Entschuldigung. Und ja, wir sind auf Inder unterwegs. Nix. Kein Event, kein nix. Einfach nur mal so. 26% plus. Ähm, jo, lass ich mir doch gefallen an XP. Hier unten ist das Squad, aber ist kein irgendwie Wegpunkt gesetzt. Bin ich ein bisschen merkwürdig. Aber, wir sehen das ja mal gleich, was hier los ist. Wenn es nicht schief ging, kann es ja nicht. Und schlimmer werden, wie gestern, kann es ja auch nicht. Warte, warte, warte. Warte. Haust du ab? Ist noch ein hinter mir. Schade, ich hab dich gesehen, ich hab dich schon gesehen. Ja, ja, ja. Vielleicht bei der 2. Okay, bei der 2 geh ich runter. Nö. Äh, du w Teach. Sö waren, Ich IST carte. hier könnt ihr mal herkommen Moment das gibt's nicht nützt alle nix zum kotzen ich dachte wenn ich zur Station zurückfahre ist besser aber gegen zwei Motschellen anzutreten ist nicht gut na jo dann laufen wir halt wieder zu Fuß durch die Gegend da ist ein Sunro da drüben die Station nicht wirklich gut warum lassen die denn die ah lol schöner Tag danke sehr was ist jetzt los er schießt denn da auf mich wo ist der Sack ich seh gar keinen da ist der Nutt kein gesehen ziemlich blöde naja so man macht man nix dann kommt man raus und fertig ist die Laube dann kann ich mich auch das ist ja kein Problem da kommt ein schicker Panzer sehr schön so Affen gehen wir aber schon auf den Geist muss ich sagen so filmbare hier ist er jetzt bestimmt nicht mehr da ne da liegt er im Dreck tja so geht's was entliegt einer von uns Feindliche Max wie schön er ist bestimmt nicht alleine da ist der Nächste kann man sehen wie wo ist der jetzt hin ich hab keinen gesehen ich bin blind heute hat er mir das angezeigt der Schuss kam von vorne komisch manchmal ist es echt komisch manchmal manchmal ist es wirklich etwas komisch aber egal mhm jetzt der dobe Schutzschirm kritisch ich wollte an und für sich vorhin die Panzerabwehren gehen mach ich auch lecker ist ihm noch zu sehen auf der Map die waren doch da rüber oder nicht ich komm mit gehen wir da hin gucken gerade was ist denn hier wieso dreht keiner in den Ding ja super blöd Birne rauf und oben runter ist einfach da ne Feuer lass mich doch von dem scheiß Ding weg da krieg ich schon wieder die Krise ich drück extra E und komm nicht davon weg dreh mich mit dem Ding nach rechts das ist natürlich schon ein bisschen bescheuert das sieht schon wieder gar nicht so gut aus hier ich könnte mir auch mal einen Panzer holen fertig ab aber ja äh wo ist es denn ich will hier einfach Panzer haben ne da hinten generator stabilisiert genau so jetzt holen wir uns auch mal ein Mac zack hopps los geht's los geht's nee fahren wir da zurück ab durch die Mitte Vorsicht hat er einer sehe keinen sonst ist er noch da vor der Tür ja pass auf witzig 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 ok ok mal reparieren runde was ist nur los woran bin ich jetzt gestorben schießen sie wieder durchs Schild durch und ich hab ihn nicht gerafft mein schöner Panzer sowas von für'n Arsch oh man ey Katastrophe heute Katastropheneinsatz komm super also liege in Mac's Einheit da rennt da nächste nächste bei dem Mac style Typ ja ja beruhig dich mein Freund oh nicht schön ja so als Einzelkämpfer kannst du jetzt hier immer weniger machen bringt so gut wie ja nix komm ich versuche mal ja runter zu fliegen irgendwo oben da ist der stinkende Macs hier da oben so jetzt lasse ich mal das Dingchen aufstellen Katastrophe Katastrophe angekommen erschossen das hier gefällt mir wieder sehr gut deswegen sage ich auf Wiedersehen wir gehen direkt rüber zur Station Katastrophe Mann Mann wie kann man so viel Pech haben dass ich direkt beim Gegner vor der Nase lande hier sieht viel besser aus hier sieht's nach Ruhe aus ich bekomme ein rotes Geschütz auf dem Dach angezeigt auf dem Dach hier ist doch ja kein Geschütz doch ist hier eins tatsächlich was ist das denn ganz schade da war da gerade einer drin der ist da wohl jetzt nicht mehr drin boah ich wollte dem gerade einer abdrücken und sprengen nö ne wozu ist gleich uns belassen wir schön dabei na gut dann gehe ich doch mal versuche ich die Typen mal von hinten zu bearbeiten ja nächste Flugmec hier kommt schon was nicht gut ich höre schon boben weg ist er sehr gut da lags da hinter mir ist auch noch einer warte mein Maxi kann ich hier einen Arsch kleben oh nö ich gehe jetzt um die Ecke tschüss ne ich will nicht warte mal ich gebe dir mal ne Bombe an den Arsch schade schade nicht mehr dran gekommen aber leider ist das hier irgendwie auch ziemlich enttäuschend was hier läuft das ist wieder so ein Squad wo es keine Befehle gibt nix und null unser Feind wird den Willen Vanos zu spüren bekommen genau deswegen warten wir noch 20 Sekunden außer natürlich wird jetzt wieder umgedreht und sitzt nix hier kämpfen alle quer durch die Gegend gefällt mir nicht gefällt mir wirklich nicht echt ziemlich schade aus hier wo denn da natürlich hier hast du ne da ist natürlich keiner es geht töd 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 wo ist er nicht da aha ok der ist weg ja ich gehe erstmal umgucken reparieren ok komme zack so genug wiedersehen hepp na bum 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 da ist ein Panzer die drei Panzer von uns da komme ich hier hoch komm spring ah Plenzeit guck mal ich liebe es tja ey wird leider immer enttäuschender da da kommt die Steine nicht hoch dat klappt nicht dat klappt nicht na fährst du wenigstens nach vorne das hat irgendwas hier geben könnte nö stellst du den hin nö jetzt fährt er weg oh so muchas gracias ich würde zwar gerne da hochlaufen aber das geht ja sowieso nicht wo ist dieser scheiß Panzer hier hinten ich repariere dich wenn du stehen bleibst repriere ich dich so 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 nächste komm 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 Du bist doch dämlich. Mann, warum fährst du denn weg? Jetzt überfährt er mich, ne? Um die Ecke. Da hoch. Hoch, 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 hoch. Ich fahrts weg.